Stempelstelle 196, Bremer Teich. Stempel ist da, weißes Tuch fehlt und das ist hier von Was stand drauf? Wanderkaiserin, Edith die dritte. Viele Grüße an Luke 1166 und Dennis Wildwey. Vor zehn Jahren war die Stempelstelle, glaube ich, noch am Eingang vom Campingplatz. Steht jetzt vollkommen woanders. Ich bin ganz überrascht, dass es hier einen Damm gibt. Habe ich vor zehn Jahren noch nicht gesehen. Oder der ist frisch aufgeschottet. Kann auch nicht sein, aber der Damm sieht irgendwie ziemlich neu aus. So, jetzt geht es weiter zum Bärendenkmal auf den Spuren von Jessie Blue.